Hey Freunde, kommen wir zum Star Wars Auftrag. Lande während findet die Macht. Insgesamt müssen wir da fünfmal landen. Der Auftrag ist eigentlich ganz simpel. Ihr startet dazu einfach eine Runde, landet dann einfach und damit hätten wir dann schon eins von fünf. Das Ganze macht ihr dann fünfmal. Wir machen das Ganze kurz einmal zusammen. Wie gesagt, landet hier einfach irgendwo. Zack, und wie ihr seht, zählt das Ganze dann. Wie gesagt, das Ganze machen wir fünfmal und damit hätten wir dann den Auftrag auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo daumen. Bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.